Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem weiteren CSGO Top 10 Video. Ich hab doch tatsächlich die Five-Sevens vergessen, ich alter Dödel. Darum werden die jetzt nachgereicht. Die ganze Sache läuft natürlich wie immer Hand in Hand mit... ...Skin Baron. Einige von euch kennen die Seite ja bereits, da könnt ihr Skins kaufen und verkaufen und zwar für echtes Geld. Also kein Steam-Guthaben oder sowas, sondern Euros, die ihr euch auf euer Konto oder sonst wohin auszahlen lassen könnt. Alter, neif für unter 50 Euro? Genau für die, die immer sagen, ich hab noch nie einen Knife gehabt, aber die sind so teuer. Da ist eins. Wenn auch kein schönes. Wir legen also wie immer mit Platz 10 los und steigern uns dann langsam hoch auf den ersten Platz. Ich zeig euch dann natürlich wie immer hier auch die Preise bzw. die aktuellen Angebote dann zu den einzelnen Waffen, die ich euch vorstellen werde. So, Platz Nummer 10. Da liegt die Five-Seven-Foulplay, ein sehr schönes Teil mit Federn drauf und so ein bisschen blau gehalten. Leider ist hier unten nichts mehr drauf, darum eben auch 10. Platz. Dennoch hat sie es in die Top 10 geschafft. Auf Skin-Barone gibt es aktuell folgende Angebote. Wie man hier recht schnell sehen kann, ist der Skin mitunter, ja, gut günstig zu erhaschen. Es gibt aber auch Ausführungen, die deutlich teurer sind, vor allem eben in Stat-Track, aber das kennt man ja. Auf dem Platz Nummer 9 liegt die Five-Seven-Case-Hardnet. Lecker Teil, ich weiß. Denkt bitte dran, dass das Pattern dieses Skins immer unterschiedlich ist oder sein kann. Aufgrund dieser hohen Variationsmöglichkeit oder dieser facettenreichen Skin-Gestaltung finde ich den Skin sehr nice. Und deswegen ist er eben in der Top 10 und liegt auf dem 9. Platz. Die aktuellen Angebote auf Skin-Barone sehen wie folgt aus. Man kann hier für, ja, ich sag mal so im Schnitt 3, 4 Euro, wobei es auch ordentlich darüber hinaus steigen kann, was schick ist, an Land ziehen. Diese hübsche Ausführung von gerade eben ist übrigens dieser Preis, 3,14 Euro. Also das ist genau die hier. Die Dinger können auch deutlich bläulicher ausfallen oder manche sogar komplett Gold und so weiter und so fort. Weiter zum nächsten Platz. Somit kommen wir zu Platz Nummer 8 und da liegt die Triumvirat. Schönes Teil, vor allem jetzt der erste Skin hier in der Top 10-Liste, der komplett über den gesamten Waffenkörper drüber geht. Viele kleine Details, wobei diese gesamte Farbmischung nicht ganz stimmig ist, also würde ich sagen. Von den Kosten her fährt man hier eher gemütlich, also 1, 2, 3, 4 Euro. Natürlich gibt es auch hier wieder die Ausreißer mit 10 Euro plus mit StatTrak und Factory Renew oder FN oder sogar 25 Euro. Aber so alles in allem kann man sich da schon ein recht hübsches Teil für unter einem Euro snacken, wie zum Beispiel die hier. 99 Cent in Minimalware. Nicht schlecht, nicht schlecht. Vergesst übrigens nicht, dass heute Livestream ist, ja. 18 Uhr geht es los. Es gibt übrigens unter anderem heute diesen Knödel hier. Ja, Romanoff im Giveaway. Auf dem nächsten Platz, und zwar auf dem Platz Nummer 7, liegt die 5-7 Buddy. Unschwer zu erkennen hier hinten an dem Helfer, den man dann hat, der Kumpel. Da finde ich, stimmt die Gesamtfarbgebung schon etwas besser, wobei trotzdem das Schlitten hier oben auch nochmal anders aussehen könnte. Wenn man sich das Teil kaufen will, dann ist man sogar noch günstiger dran als bei den vorherigen Skins, denn hier ist man sogar unter 50 Cent mit dabei. Es gibt natürlich auch hier wieder die Dinger, die dann etwas ausreißen, aber so alles in allem kann man hier wirklich auch ganz gut einkaufen. Nun sind wir beim sechsten Platz angelangt, und da liegt die 5-7 Capillary. Ein sehr, sehr sweetes Ding, das wir ja schon eine ganze Weile kennen. Das Teil ist einfach schick, bis auf das hier hinten, das hätte ich so nicht gemacht, aber sonst ist ein schönes Gerät. Es geht auch wieder komplett beskinnt, und hier sieht man, die Gesamtkomposition ist einfach, wie auch der Preis ist. Für unter 10 Cent kann man sich hier eine Minimalware besorgen, also da, selbst mit StatTrak ist man immer noch unter 50 Cent. Da kann man sich wirklich überhaupt nicht beklagen, oder? Der 5. Platz ist am Start, die Violent Damio regelt hier ordentlich rein, komplett beskinnt, ultra sweet aussehend. Gerade für lila Liebhaber natürlich der Skin, schlechthin. Und auch hier ist der Preis wieder höchst bequem, also man kann sich wirklich überhaupt nicht beschweren, bei dieser Preisvergabe. Wer also unbedingt eine haben möchte, kann für 18 Cent eine in Minimalware holen, vielleicht gibt es sogar noch ein besseres Angebot. Guck mal, das hier ist nochmal in einer besseren Ware, auch für 18 Cent. Der nächste Skin ist am Stiesel, es handelt sich um die Retribution auf dem 4. Platz. Potion? Potion? Lecker, schmecker, Teilchen, Dynamik durch Pfeile, man rennt damit also schneller. Und wisst ihr was, die Pfeile verlaufen nach unten sogar. Wie edel ist denn das, bitteschön? Finanziell ist es nicht so extrem edel, wie die gerade eben gezeigten, denn man muss etwas mehr anlegen. Vor allem, wenn sie schön aussehen soll und Stat-Track haben soll. Dann kann man schon so ein paar Euro mehr aus der Tasche rausleiern, aber alles in allem natürlich trotzdem im Rahmen. Das ist nicht im Rahmen. Jetzt kommen die ersten drei Plätze. Ihr könnt also wie immer raten, was da wohl noch so drin liegt. Ich fahre für euch hier oben einmal durch und ihr könnt dann einmal alles angucken und euch denken, hm, was war noch nicht, was wird er reinnehmen, was gefällt ihm gut, was gefällt ihm gar nicht. Und natürlich könnt ihr an der Stelle auch eure eigene Top 3, Top 5, Top 10 oder sonst was Liste angeben. Ich lasse euch dafür jetzt eine Sekunde Zeit und weiter geht's. Platz Nummer 3. Monkey Business. War irgendwie klar, ich weiß, die spiele ich sehr gern, die gefällt mir sehr gut. Ist ein toller Skin, tolle Waffe, lecker. Wenn man nachlädt, fallen kleine Bananen da unten raus, also das auf dem Magazin ist die Banane weiter. Das ist einfach geil. Das ist einfach geil. Da ist sogar ein Bananenaufkleber dabei und zwar ein 5-7-Aufkleber. So eine Monkey Business kostet jetzt natürlich auch ungefähr so viel wie eine Banane oder ein Bündel Bananen. Ja, aber trotzdem kann man sich ja auch ein gutes Angebot raussuchen, wenn man halt nur die Augen offen hält und schön vergleicht. Platz Nummer 2. Na, was haben wir denn da? Vier Schreihälse auf der Angry Mob. Richtig geiles Teil. Vor allem, wenn ihr folgendes macht. Wenn ihr da so ein Bergerlein hier macht. Oh, das hat mir Peacemaker damals geraten und das sieht wirklich nice aus, ne? Ist eine wunderschöne Waffe, schön gestaltet. Man hat richtig viel zu gucken, wenn man sie dabei in der Hand hält. Tolles Ding. Der Preis ist so mitteltoll, würde ich sagen. Er zählt natürlich schon zu den etwas höher liegenderen Preisen, aber alles in allem geht es noch. Also, wenn man sich einen recht schicken Skin für einen Fünfer oder unter einem Fünfer kaufen kann, dann ist das auf jeden Fall was Tolles. Jetzt kommt der erste Platz. Was habe ich da wohl so am Start? Es ist wirklich schwer, ne? Es ist schwer. Es ist natürlich die Hyperbeast, ne? Klar. Bester Skin von Wild. Brauche ich gar nicht großartig drüber erzählen, oder? Richtig, richtig, richtig geiles Teil. Aber wie ist der Preis von so einem extrem krassen Skin? Schon hoch, ne? Beziehungsweise man muss halt einiges hinlegen, klar. Ist ja auch eine Hyperbeast. Das heißt, Qualität, Quantität, Quallen, Quarks, Quapuzzi. Und noch vieles mehr steht für die Hyperbeast. Es geht ins, ne? So, dann sind wir hier auch wieder durch. Ich glaube, wir haben jetzt alle Waffen, also schießende Waffen fertig. Als nächstes kommen die Knives. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zusehen. Wir haben jetzt dann gleich, wie gesagt, den Livestream, beziehungsweise er läuft schon seit 18 Uhr. Dieses Video erscheint um 18 Uhr, also ist der Stream schon an. Es gibt heute unter anderem hier diesen Romanov-Boy und noch ein paar tolle andere Dinge. Also kommt dran, ich freue mich auf euch. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die Kommentare und natürlich auch vielen Dank für die Likes, beziehungsweise Bewertungen, die ihr an den Videos vornehmt. Wir sehen uns dann jetzt gleich im Stream. Link ist in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar zum Stream auf Twitch, twitch.tv slash der Dummbabla. Bis gleich.